so jo hey leute sehr willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute mal so ein kleiner vlog was ich unter Sandro der kommt jetzt dann irgendwann hatte man zumindest geschrieben und ja was wir heute machen ich habs ganze wochen in der stimmung vor jetzt ist samstag kurz vor eins bin gerade vorher aufgestanden gefrühstückt und ja der pennt bei mir leute ganz easy und mal schauen was wir machen draußen ist ja nicht so geiles wetter leute wieder so scheiße kann man nicht mal rausgehen aber schon was wir machen und genau leute dann sehen wir uns nachher wieder wenn Sandro kommt so leute also wir haben jetzt schon kurz vor zwei und ja ich habe jetzt ein bisschen hausi noch gemacht und so und das andere leute gell er schreibt mir um 20 nach 12 so schreibt er mir ja er kommt in der nächsten halben stunde bis stunde so jetzt ist halt kurz vor zwei gell und er ist immer noch nicht da juckt ihn nicht alter ich denke um zwei wird schon leute dann ist auch da und dann passt es genau leute nur ein kleines update und wir sehen uns dann wieder so leute das andere ist da also wir futtern jetzt was und das andere macht wahrscheinlich nein der kennt sich ja nicht aus genau also mal schauen was wir machen wir sehen uns gleich so leute wir haben uns jetzt entschieden was wir essen das handel kämpft schon mit der butter hat und der schmalt das passt hast du gar kein mobilen sind oder wie schaut es aus ja wow 800 kommt früher viel raus alter warum kam mir grad schon salz raus Digga weiss ich doch nicht ist das und dicht weiss ich doch nicht alter schaut es euch an dieses geile essen leute nicht mehr feierlich ich habe wieder die kameras ich habe wieder die kameras okay okay Thomas nein oder nein 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 Wir sind jetzt ready mit Essen genau und jetzt schauen wir mal was wir machen, keine Ahnung. Vielleicht zocken wir in der Grunde genau Leute und ja, dann sehen wir weiter was halt sonst noch so abgeht. Je nachdem, sehen wir dann. Ich weiß nicht, du wirst bestimmt chillig. So Leute, wir zocken jetzt in der Grunde Zombie Mode. Ich muss jetzt im Sonderruhe alles erklären. Die Weiche alles machen. Wie der Post des Zockens. So Leute genau, Shadows of Evil natürlich und ja, mal schauen welche Runde wir kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden würde ich sagen. Alter Leute mann. Runde 17 einfach übelst schnell drauf gegangen. Drauf gegangen. Alter. What the fuck. So Beigehen gleichzeitig innerhalb einer Sekunde tot. Übelst mann, die zwei Fettsäcke, die mag was wie die heißen ey. Die sind gekommen leider zu zweit. Genau vor uns gespawnt einfach. Dann auf uns draufgeklatscht. Tausend Zombies außen rum. Direkt down, Alter. Jetzt habe ich echt keinen Spaß mehr durch. Jetzt müssen wir erstmal was anderes machen. Ja mann. Leute eine Runde GTA. So Leute, also wir zocken jetzt hier eine Runde GTA. Und dann haben wir auch. Das andere denkt sich einfach mal. Er steckt seinen Finger in die Nase von dem Typ. Alter. So Leute. Also wir sind jetzt hier in der Küche schon wieder. Es ist schon wieder abends. Ja genau. Und. Ja jetzt haben wir ein bisschen zockt. Zeit rumbracht, Alter. Geh jetzt irgendwie schnell. Brutal. Brutal. Was machen wir? Wie was machen wir? Zum Essen? Keine Ahnung. Lass dir das anfangen. Schreibt es kurz in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, was sie zum Essen hat. Und wir warten drauf. Genau. Melanchero. Und dann zwölf. Also schreibt jemand rein. Ja Pommes mit Currywurst. Okay machen wir mal. Genau. Wir bestellen uns morgen früh dann Pizza. Weil so lässt es sich einfach den Tag starten. Wieder eine fette Pizza. Muss ja nichts machen, weil es so herrichten zum Hotel um zu schmieren. Dann rufst du mal Pizza an. Dann sagst du in die Familie Pizza. Bumm zack. Haust dich voll. Und dann musst du kotzen. Dann mach ich kotzen. Genau. Jetzt überlegen wir uns was mal zum Essen machen Leute. Und dann sehen wir ja was sonst heute noch so geht. Aber ich habe ja gerade Party. Ja. Ich finde so eine Hausparty statt. Genau Leute. Jetzt haben wir schon einen Titel. Perfekt. Hausparty. Hausparty. Perfekt. Das klickt mir sicher viele an Jungs. Sorry. Aber es stimmt zwar nicht. Ja. Danke für das Anklicken. Danke. Dankeschön. Also wir sehen uns dann beim Essen würde ich sagen. Schöner. Servus Leute. Kehrs für die Gäste. Nicht back. So Leute. Wir machen uns jetzt hier Pizza. Steinoppen. Bitte. Und ja. Das wird jetzt echt eine schwere Aufgabe. Nach wohl die Teile auch zu bekommen. So Leute. Also. Solange die Pizza jetzt hier brutzelt. Zocken wir jetzt eine Runde. Wie. Sandro ist schon voll am Start. Perfekt. Kein Videosignal. Ist auch gut. Scheiße Alter. Dann machen wir hier einfach mal. Das kannst ja du. Ähm. Spielkonsole. Und die Jungs. Da haben wir es schon. Easy. Hausparty. Und das ist unsere Hausparty. Wir haben es euch versprochen. Und wir halten uns natürlich an unsere Versprechen. Alter jetzt. Guck mal. Guck mal in die Pfad. Guck mal in die Pfad. Guck mal in die Pfad. Scheiße. Du. Du musst dich. Wo ist mein Ding? Du musst da runter. Da. Ja. Leute. Jungs. Sollten wir eigentlich nochmal nachgehen. Ist das nicht einfach geil? Die sind genauso cool wie wir. Echt Alter. Guck mal. Seh noch hart genauso aus. Guck mal. Besser gehts nicht. Alter Scheiße. Warum bin ich so plass man. So ob ich eine Leiche bin. Weiß ich doch nicht. Scheiße. Echt? Echt? Echt. Das ist jetzt ein FAQ auf der Wii. Wirst du lieber in einem Zelt oder in einem Iglu übernachten? Was wärst du lieber? Was fändest du am coolsten Bauchtaschenbuntes Socken? Ja, Alter, Digger. Digger, was ist das, Mann? Und wie lauf ich da jetzt? Ah, musst du die Tür anklicken. Scheiße! Na fuck, ich werd immer geboxt. Oh, Mann. Hey, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt der Reifen da raus. Da bin ich. Hey, ich war voll scheiße, Mann. Alte Junge, wir hätten so schnell wie möglich zusammenfinden müssen. So, Leute. Das sind die richtige Wii Pro Gamer. Und jetzt geht's ab zur Pizza. Schauen wir mal, was sie so macht. Wahrscheinlich jetzt schon verbrannt. Der große Moment, Leute. Und die... Scheint mir nicht so, als ob die fertig wäre. Irgendwie nicht, aber... Die ist auch so dünn. Haben wir was falsch gemacht? Hast du schon mal auf was hast du gescheiten? Auf und runter? Ja, genau, wie immer halt. Mach ich auch immer. Aber ich schaue nicht so, als ob die von oben... Deine welt sich voll, Mann. Ja. Geile Scheiße. Die ist kalt noch. Die ist kalt. Ja, aber schau mal, ob meine warm ist. Leute, wir können nicht mal eine Pizza packen, die schon fertig ist. Was sind wir denn für? Sind die Lups, Mann. Deine ist es ein bisschen besser aus, Mann. So, Leute. Jetzt sind wir hier wieder beim Wii Zocker. Drei Punkte Runde. Bin schon groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie fast ich bin, Leute. Ich weiß, wo ich bin. Echt? Ja, Mann. Ich habe es echt mitverfolgt. Ich nicht. Wenn ich jetzt verkackt habe, dann ist es halt peinlich. Wenn ich jetzt gewinne, Alter. Was? Hä, das kann doch geil sein. Boah, jetzt. Jetzt dampft sie raus hier. Alter. Alter. Übelst halt. Scheiße, mein. Der ist ja fast schwarz. Dicker. Holy. Hol sie raus, Mann. Hol sie raus. Warte mal. Ich muss dir einmal mit dem High Five geben. Jawoll. So, Leute. Also, wir haben jetzt hier schon um 10 vor 11 oder so. 20 vor. Genau. Und wir sind fertig. Wir gehen jetzt pennen. Nein, Spaß. Sando schleift nämlich heute auf dem Boden. Er hat noch nicht meine Knopse, Alter. Genau. Der Penner. Das ist ja rund. Hahaha. Genau, Leute. Nein, wir haben jetzt gerade drüben ein bisschen was gemacht. Genau. Vielleicht seht ihr das irgendwann auch noch. Ähm. Vielleicht leide ich da mal irgendwie ein extra Video hoch oder so. Ähm. Genau. Und jetzt ist es uns übel warm. Und jetzt gehen wir gleich mal raus oder so auf Terrasse. Oh, vor zwei Stellen. Genau. Bisschen kurz durchlüften, Alter. Ja. Und dann passt es. Genau, Leute. Dann ziehen wir uns vielleicht draußen oder was weiß ich. Wann. Shit. Vollst du die Haare einfach so, gell? Leute, was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Soll ich die Haare hier oben machen oder einfach so lassen? Sagst du sie denn? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Frisurenbewertungen hier. Ähm. Ja. Wir waren jetzt draußen. Und jetzt sind wir frisch. 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 Warte. Ja. Oh Gott. Das war ein falsches Loch. Jetzt hab ich jemanden. Egal. Nein. Jetzt winden sie mal so aus oder so. Du musst deine Weischen. Ja. Wie denn, Alter. Was hätt ich denn gerne? Was ist los? Ah. Digga, jetzt ist die Bettdecke. Von innen weg. Siehst du weg. Es ist weg. Ah. Digga, du solltest dich doch hinter... Du hast mich geslagt, Mann. Du... Du solltest dich doch hinter... Alter, du musst dich doch hinter... Du kannst dich doch hinter... Alter, du kannst dich doch hinter... Du kannst dich doch festhalten, Mann. Na, äh... Ja, jetzt ist es doch eigentlich schon. Ah, die ist... Die ist, ich glaube zu kurz. Oh. so leute sind fertig mit zähneputzen und genau jetzt machen wir uns hier fertig und dann gehen wir pennen genau wird auch zeit wann stehen wir morgen auch um 8 uhr und damit gleich ein neues youtube wieder gedreht so ist es leute unter dem aufstehen so leute also ich bin jetzt bett ready so leute ich denke das war jetzt der tag wir sehen uns morgen du kannst gute nacht sagen gute nacht leute genau gute nacht leute haut zu werden bis morgen